Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt den steirischen Spitzenkandidaten der FPÖ, Hannes Amesbauer. Schönen guten Abend. Guten Abend. Teuerung und Inflation, das sind wohl eines der Hauptprobleme, die die Menschen betreffen. Im Kampf dagegen gibt es jetzt einige Vorschläge. Die SPÖ fordert eine Vermögensteuer, die ÖVP möchte den Förderdschungel durchforsten. Wie sieht denn Ihre Lösung aus, damit den Menschen mehr im Börsel bleibt? Neue Steuern sind keine Lösung. Das lehnen wir kategorisch ab. Österreich ist ein Hochsteuerland. Wir brauchen im Gegensatz Steuersenkungen, Stichwort auch CO2-Steuer. Dann könnten wir uns im umgekehrten Sinne den Klimabonus sparen, der ja nur eine Kompension ist. Und wenn sich die Menschen ja selber zahlen, also keine neuen Steuern. Eine Entbürokratisierung wäre notwendig. Das hören wir bei allen Betriebsbesuchen, dass die Unternehmer leiden unter der Bürokratie, Stichwort EU-Lieferketten-Gesetz, aber auch unter vielen Regulatorien und Vorschriften. Also da gehört eingesetzt und nicht irgendwelche Steuerfantasien. Was halten Sie davon, dass der Staat in Lebensmittel- oder Energiepreise auch eingreift? Das hätten wir temporär vielleicht vor einem, eineinhalb Jahren gebraucht, als die Inflation am Höchststand war. Das ist jetzt ein bisschen zu spät. Also diese Preisdeckelungen, die hat die Regierung verschlafen. Das sollte grundsätzlich nicht passieren. Aber wenn es notwendig ist, kann man das temporär durchaus machen. Ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wurde, als die Inflation die Rekordhöhen hatte. Migration ist ja eine große Herausforderung auch für Österreich. Deutschland macht jetzt quasi die Grenzen dicht. Die FPÖ ist ja auch für eine sehr strenge Asylpolitik. Aber wie wollen Sie denn die Menschen, die schon da sind, besser integrieren? Vor allem auch jüngere Menschen und auch Gewalt verhindern, wie etwa da bei dem geplanten Anschlag auf das Taylor Swift-Konzert. Wie schaut da Ihre Lösung aus? Da muss man ein paar Dinge auseinanderhalten. Zum einen die Terrorgefahr, die ja mit der Islamisierung und in weiterer Folge natürlich auch durch die Zuwanderung in Österreich passiert, fordern wir zum einen ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam, dass man die rechtlichen Regularien hat, dass man einschreiten kann, bevor etwas passiert. Man muss aber auch die Zuwanderung stoppen. Also wir sagen, einen kompletten Asylstopp, keine Asylanträge mehr annehmen und jene, die hier sind, die straffällig werden oder auch letztinstanzlich negativ beschieden werden, also rechtlich nicht mehr hier sein dürfen, abschieben. Auch in Länder wie Syrien und Afghanistan. Und da braucht es entsprechende Abkommen. Asylwerber oder überhaupt Asylaberechtigte auch, die ja nur einen gewissen Zeitraum hier da sein dürfen, rechtlich da machen Integrationsbemühungen aus meiner Sicht keinen Sinn. Es kann gelingen, die Integration, aber Integration ist immer auch eine Bringschuld. Aber das heißt, die Menschen, die jetzt schon länger da sind, da wollen sie dann nicht wirklich etwas tun oder sagen, es ist umsonst, aber auch da kann man ja Gewalt eventuell verhindern. Ja, zum einen ist natürlich Deutsch der Schlüssel zu allem. Die Sprache, Deutschkurse müssen gemacht werden, die Sprache muss erlernt werden. Und es muss auch ganz klar sein, dass man sich an die örtlichen Gepflogenheiten und an die Gesetze und die Wertvorstellungen haltet. Also jemand, der hier einen Treueschwur auf den islamischen Staat ableistet oder auch ein Kalifat ausrufen will, da brauche ich nicht mehr integrieren. Da muss ich schauen, dass man diese Leute auch wieder dementsprechend los wird. Letzte Frage noch. Die Umfragewerte für die FPÖ sind ja sehr gut, aber es gibt immer wieder Rufe nach einer Brandmauer. Und viele sagen ja, Koalition ja, aber ohne Herbert Kickl. Wie gehen Sie damit um? Diese Brandmauer werden wir, wenn die Wähler es wollen, am 29. September bereits niederreißen. Und dann gehe ich davon aus, dass der Bundespräsident der stärksten Partei, wer immer das dann noch ist, so wie es üblich ist, den Regierungsbildungsauftrag geben wird. Wenn der Wähler uns das Vertrauen gibt und wenn wir deutlich stärkste Partei werden, gehe ich davon aus, dass die Freiheitliche Partei mit Herbert Kickl als Bundeskanzler auch die Regierung anführen wird. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.